Mir ein kleines Glas, das die Welt im Frieden legt. Ein bisschen Frieden legt. Aufs Glas räumt sich Leben. Nein, nicht so wirklich. Wir kennen Jochen, wir kennen Jochen. Das klingt aber wie ein Welthit. Das klingt wie ein Welthit. Können wir den Grand Prix gewinnen? Der Monchi macht mit beim Singer-Songwriter-Contest Trier. Und trainiert jetzt schon dafür. Mehr durften hinter den Kulissen mal so bei Bunker. Ja, so viel zu den Eindrücken direkt live aus dem Proberraum. Wir sind die Meinungsgeschichte. Ja, aber das ist halt die Wahrheit. Fakten tun manchmal weh. Wir machen jetzt Live-Enterung. Das machen wir jetzt. Ihr Leute, schnell! 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 Schau dir das an! Das ist eine Ruhe, oder? So, jetzt habe ich aber auch. Hoppian. Nee, vergiss es. Ich bin ja nicht der Zeit. Ich habe nicht die andere. Hoppian. Live! Live! Loser! 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 Ja, ich nehme das. Ja, ich nehme das. Wir tauschen. Guck mal her. Jetzt darf ich. Jan! Ich schieb da voll in die Abwand. Ich bin ja nicht bescheuert. Das tut nicht weh. Meine Damen und Herren. Wir werden es noch erleben, ob Jan das jetzt gleich macht. Das sehen wir gleich nach einem Werbeeinspieler. Und währenddessen gibt es auch was zu gewinnen. Ja. Ja, das ist in HD. 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 Zurück nach der Werbung. Nein, nein, nein. Jan! Wie sieht es aus? Wie sieht es aus? Monschi kriegt jetzt definitiv einer aufs Maul, wenn er mir noch einen Zentimeter näher kommt mit dem Ding. Guck drauf! Guck! Das ist ganz zart. Ja, also ehrlich gesagt. Ganz zart. Ehrlich gesagt. Ich sehe jetzt. Wie Hingefilet ist es. Oh!